Hallo und recht herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks und da zeige ich euch heute mal den T-54 Lightweight, den Tier 8 Scout, der auch zusammenspielt mit einem anderen T-54 Lightweight, also von dem ja beide zusammen im Zug sind hier in ein Zehnergefecht gerutscht und ja, ich würde sagen, Karte heißt Ensk, das kann man schon sagen, Standardgefecht, ganz klassisch und dann gucken wir mal, was die beiden hier so reißen können. Diesmal wieder eine bisschen kürzere Runde, ein schneller Leckerbissen würde ich fast sagen. Die beiden fahren hier gleich mal auf die andere Seite der Karte, machen wir die 9er-0er-Linie wohl direkt klar. Man kann auch gut sagen, der Gegner wird natürlich mit seinen schweren Panzer und den T-Ds, zumindest die schweren Panzer auf jeden Fall in die Stadt, die T-Ds sind wohl auch eher dort, also von dem her muss er hier die mittleren Panzer erfürchten. Und da hat er schon ein bisschen was vor sich, ralt hier ab am T-54 und einen Schuss kriegt er wohl sogar noch drauf. Ne. Wow, der hat die Art hier mal den neues Objekt aber ganz schön weggerotzt, so der Zenturion. Der Art hier reported. Sending name to VG and my clan enjoy band. Ja, da sieht man, wenn jemand richtig gut damit umgeht, dass jemand aus dem Spiel genommen wird. Wenn da die Laune vielleicht so gut ist. So, jetzt fahren sie ja zusammen auf die AMX drauf. Und er ist sehr schön gemacht, sehr gut mitgedacht, dass er hier durch das Haus durchfahrt, um ihn dann praktisch wirklich viele HP zu kosten. Sehr fein. So, oh ja. Zenturion hat dann die HE-Kanone vom T-49 kennengelernt. Da sind zwei Artists, die hier stehen und warten. Er achtet hier aber auf den... Tu, er soll's. Krass. Also, da sieht man mal, wenn einfach einer so gar nicht klarkommt damit, dass er außenspielbefördert wird. So, der T-49 macht jetzt hier ganz schön... Ja. Der war mutig, hatte aber den Schwung genutzt. Und dementsprechend jetzt die Artists hier in der Form, dass sie jetzt agieren mussten. Und der nimmt noch eine Art hier raus. Ausgeschaltet. Zusammen jetzt schon vier Kills, die beiden 1500 Schaden. Und jetzt sind sie im Cap, wollen hier wohl cappen. Bin gespannt, ob sie es durchziehen oder ob sie sich doch entschließen. Auf jeden Fall steht es 9-9. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sag, der Gegner hat nur noch Leichtgewichte. Ganz im Gegenteil. Also, da sind schon noch Proma dabei. Ah, jetzt fahrt aber aus dem Cap raus. Jetzt haben sie sich wohl doch dazu entschlossen, hier das Game noch weiter fortzuführen. So, der Jagdpanzer fahrt jetzt hier einfach durch. Der will noch die Cappen. Und jetzt ist auch seine Kompagnon rausgefahren. Und jetzt ist der nächste auch noch rausgefahren. Also, jetzt wollen sie es definitiv spielerisch beenden und machen den Cap frei. Der E-75 bleibt weiterhin drin stehen. Und jetzt nutzen sie hier diese Rudel-Taktik, dass hier die Gegner umfahren, hier ankommen mit Karacho, wegfahren. Und jetzt da drüben auch nochmal ein E-5, der nicht mal durchschlägt. Ist ja lustig. So 11 zu 11. Also, vielleicht machen sie es nochmal knapper als unbedingt notwendig gewesen wäre. Der E-5 auf jeden Fall wurde jetzt von hinten genommen. Das war zu erwarten, hat der E-5, ja, nicht clever gespielt. Jetzt nimmt er hier den E-75 raus, weil auch der sich jetzt nicht auf ihn umkonzentriert, was er jetzt machen könnte, wo er nämlich an der Wand steht. Aber nee, da kommt sein, sein Kompagnon auch und macht den 15-Kill jetzt. Einer noch und dann wäre es sogar ein Krieger und das mit dem T-8 Scout im 10er-Battle. T-49 von denen noch im Leben und der andere E-5. Da ist der E-5. Offen ist er. Dann muss er den längeren Weg nehmen, dass er hier nicht direkt beschossen werden kann. Da hat er nämlich auf ihn nämlich geachtet. So, seitlich in den Turm rein. So, jetzt achtet er wieder auf ihn. Aber vielleicht nimmt er einfach mal einen Schuss. genug HP hat er noch und der T-55, sein eigener Zugpartner, killt ihn hier praktisch, nimmt jetzt hier den Krieger weg, aber machen damit auch den Ding klar. Aber jetzt, glaube ich, optimal ist gelöst. Sie haben Waffenbrüder nämlich und jetzt noch den Krieger wahrscheinlich für ihn. Ja. Den Krieger macht er auch noch neun Kills, zu zweit mit zwei Achter-Scouts im 10er-Gefecht. Das muss man erst noch machen und er hat hier auch 4000 Schaden gemacht. Also, sehr schön, sehr schöne, schnelle Runde. Gut gespielt, viel Action dabei. So soll es sein, so ist World of Tanks mit eben auch viel Flame. Ja, schön, dass ihr da wieder dabei wart. Freut mich, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba